Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich bin immer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Seelze und die tischen hier mal richtig auf. Und zwar haben die hier einen Stromerzeuger, der sich schon ein bisschen sehen lassen kann. Also das ist nicht mal eben schnell mit vier Leuten getragen, sondern das ist schon ein professionelles Gerät. Und wir haben wieder André da von der Firma Endres. Hallo André. Hallo Feuerwehr Willi. Schön, dass du wieder dabei bist. Gerne. Und wie gesagt, mega spannend und wir haben auch ganz tolle Fragen gekriegt unter den anderen Videos. Jetzt steigen wir mal ein bisschen größer ein. Man sieht schon, hier liegt kein Gartenschlauch. Das ist wirklich ein Kabel oder eine Leitung zur Einspeisung quasi in ein Gebäude. Also jetzt gibt es den richtigen Koffer. André, was muss man denn jetzt beachten, wenn ich in einem Gebäude einspeisen will? Genau, das Thema hatten wir eben oder in einem anderen Video schon mal gezeigt. Die Stromerzeuger, die wir hier in der Regel verwenden im Einsatzstellenbetrieb, sind ja dafür, dass der Feuerwehrmann sie in Betrieb nehmen kann. Das heißt, das Aggregat muss den Personenschutz herstellen. Jetzt wollen wir aber ins Gebäude kommen. Wir haben wir haben gelernt, es gibt zwei Netze, IT und TN. Jetzt wollen wir aber ins Gebäude kommen und dort finden wir jetzt das TN-Netz vor. Das heißt, das Gebäude übernimmt wieder den Personenschutz und das Aggregat muss im Prinzip Personenschutz frei fahren. Also TN-Netz noch mal ganz kurz, das ist halt das geerdete Netz, wo man wirklich mit einem FI-Schalter arbeiten kann, gegen Erde halt Fehlerstrom ermitteln kann. Genau, also das haben wir jetzt, weil das ist eine reine, kann ich aber auch als IT auch benutzen. Genau, ich mache mal die Klappe kurz hier auf, das Bedienfeld auf. Wir haben hier eine Betriebsumschaltung. In der Schaltung kann ich wieder wählen, die kennen wir von dem kleinen Stromerzeuger schon zwischen der Direktversorgung oder halt eben umgeschaltet auf die Einspeisung. Und was passiert dabei? In dem Einspeisebetrieb wird ja jetzt der Personenschutz am Aggregat ausgeschaltet, das wird das TN-Netz hergestellt und dann werden auch zusätzlich die normalen Steckdosen stromlos geschaltet und es ist nur noch die Gebäudeeinspeisung aktiv fürs Gebäude. Das heißt, wir verlassen uns dann auch beim Schutz der Person letztendlich auf den bereits vorhandenen Schutzmaßnahmen im Gebäude. Das ist genau richtig und das ist gut, dass du das erwähnst. Aggregat und Gebäude muss miteinander verheiratet werden. Das wird im Prinzip einmal gemacht, indem der Elektriker mit dabei ist oder in der jährlichen Prüfung des Aggregates beziehungsweise oder der dreijährigen Prüfung des Gebäudes mitgemacht. Und dann wird sichergestellt, dass ich als Elektroleihe auch immer dieses gleichbleibende System in Betrieb nehmen kann. Im Prinzip das gleiche, wie wenn wir normale Verbraucher anstecken an den Stromerzeugern. Dasselbe wird hier quasi hergestellt mit dem Gebäude, nur dass das Gebäude halt entsprechend ein größerer Verbraucher dann entsprechend ist. Aber wie komme ich denn jetzt ins Gebäude rein? Gibt es da irgendwelche Vorrichtungen oder wie muss man das jetzt vorstellen? Genau. Oder klemm ich da irgendwo am Sicherungskasten was auf oder was? Nein, genau so ist es. Der Elektriker bereitet das entsprechend vor. Das heißt, es ist eine Gebäudeeinspeisung da mit einer entsprechenden 1 Uhr Stecker am Gebäude. Und dazu der Gegenpol, dann hier die Steckdose am Stromerzeuger. Das Ganze verbinden wir noch über das Kabel, was du eben gezeigt hast. Ja, und dann wird das Ganze in Betrieb genommen. Also das ist jetzt die Gebäudeeinspeisung. Quasi, wenn ich jetzt als Elektrotechniker sprechen will, wäre das jetzt mein Verbraucher, das Gebäude. Genau, richtig. Und du hast ja jetzt gerade gesehen, da sind unten diese Pins dran. Genau. Die sind natürlich stromlos, ganz klar. Denn im Gebäude ist ein Trennschalter eingebaut. Dieser Trennschalter trennt das Netz über Null weg. Das heißt, das öffentliche Netz wird beim Stromausfall schon mal weggeschalten. Da kann auch nichts passieren. Der Stecker ist sowieso nicht bestromt. Aber ja, wir bringen ja Strom entsprechend rein. Was machen wir, wenn der Stromausfall beendet ist und das Stadtnetz wieder mit Strom versorgt wird? Und es liegt jetzt wieder an. Was mache ich dann? Muss ich dann von Hand umschalten oder ist das von alleine weg? Ne. Also wenn das Netz wiederkommt, läuft das Netz bis zu dem Trennschalter, den wir gleich sehen. Bleibt dort aber stehen. Wird nicht weiter eingespeist, weil wir sind autark. Wir sind komplett entkoppelt vom öffentlichen Netz und haben unser eigenes Netz aufgebaut. Wenn das Netz wieder da ist, schalte ich wieder dann langsam zurück auf das öffentliche Netz und dann bin ich wieder im öffentlichen Netz. Jetzt noch kurz die Erklärung nochmal im Feuerwehr-Villies da ein bisschen vereinfacht. Das ist die Mehrfachsteckdose quasi, die jetzt nur einfach ist. Aber die Mehrfachsteckdose zu Hause und wir stecken die Lampe, das Gebäude, da rein. Das ist letztlich die Erklärung dafür, dass ich das jetzt hier so rum verbinde. Da ich das Gebäude nicht bewegen kann, bewege ich jetzt die Mehrfachsteckdose da rein. Ja, korrekt. Genau so ist es. Und dadurch, dass es entsprechend verwechslungssicher ist und dass die Verheiratung des Stromerzeugers und des Gebäudes durch eine Elektrofachkraft sichergestellt worden ist, übernehmen wir den Personenschutz von drinnen. Es ist verwechslungssicher und so kann die Einsatzkraft geschützt werden, ohne dass sie Elektrofachkräfte ist und hier die Gebäudeeinspeisung in Betrieb zu nehmen. Also alles raffiniert vorbereitet. So, jetzt haben wir den Verbraucher angeschlossen. Das gleiche Spiel, wenn wir eine Lampe aufbauen, ganz normal. Und das heißt, wir würden das jetzt im laufenden Aggregat, was stabil läuft, im richtigen Modus steht oder in der richtigen Betriebsart steht, quasi dann erst einstecken. Genau so sieht es aus. Können wir den mal anlassen? Den können wir anlassen. Wir gehen ja, wir gehen im Prinzip wieder, wie eben beim tragbaren Stromerzeuger, erstmal die Netzform wählen. Wir wollen in den Einspeisebetrieb gehen, dann schalten wir uns die Steuerung zu. Jetzt fährt das Aggregat hoch, vorglühen, was er entsprechend braucht. Wenn das Gerät gleich betriebsbereit ist, können wir jetzt nur noch auf den Starttaster gehen. Aggregat fährt jetzt, fährt jetzt an. Ach was! Da sitzt doch einer hinter. Geht das von alleine? Das geht völlig von alleine. Wie viel KVA hat der? Der hat eine Spitzenleistung von 50 KVA. Ja, eine Dauerleistung, die ist etwas geringer. Also 50 KVA-Aggregat quasi. Und jetzt einfach reinstecken? Das heißt, Achtung, ist sogar farblich richtig, ne? Weil das ist dieser Abgang quasi, der ungeschützt ist. Genau. Und wichtig, dieser Abgang ist nicht nur farblich anders, sondern wenn du jetzt hier schaust, siehst du hier unten den PE. Der ist verdreht hier oben auf 1 Uhr. Von 6 Uhr auf 1 Uhr gedreht. Und somit kriegst du den Stecker gar nicht ins Rote rein. Kannst du dir mal probieren. Selbst wenn du den Auftrag bekommst, du bist eine eingewiesene Person, sollst jetzt das Aggregat in Betrieb nehmen, würde es dich in der Hektik des Einsatzes des Geschehens verstecken, kann dir nichts passieren. Du musst die richtige... Das finde ich gut. Einfache Lösung mit dem Stift einfach, das finde ich klasse. Mega. Und dann hier rein? Richtig. Verdrehen noch, dass es wasserdicht ist. Spritzwassergeschütz, ja? Wasserdicht? Ne, Spritzwassergeschütz. Druckwasserdicht. Druckwasserdicht? Das könnt ihr jetzt auch mit dem Hochdruck rein und heraufhalten. Cooles Teil. Ne, also mit der Stecker-Codierung, das wusste ich auch nicht. Interessant. Und das noch hier schon, das heißt hier ist auch schon Saft auf dem Kabel. Genau, wir haben jetzt Strom von hier über den Stecker bis zu dem Trennschalter. Und da würde ich sagen, da gucken wir jetzt mal ganz kurz rein. Genau, also hier haben wir den Trennschalter. Schalterstellung 1 ist Netzbetrieb, das heißt hier steht jetzt Strom vom öffentlichen Netz an, beziehungsweise im Blackout steht jetzt hier, oder Stromausfall steht jetzt hier kein Strom mehr an. Und auf der Stufe 2, da kommt im Prinzip der Stromerzeuger dann rein, dann steht jetzt im Prinzip bis hier Strom an. Ja, ist der Stromausfall da, stehen wir im Dunklen. Aus. Aus. Die USV, man hört es piepen, übernimmt die Stromversorgung. Und schalten auf Notstrombetrieb, Licht ist wieder an und das Aggregat ist in Betrieb. Jetzt brummt der Endres draußen, aber ich habe immer geguckt, der braucht irgendwie 19 kW. Also ganz locker. Genau, aktuell ist nur wenig angeschlossen. Wenn jetzt hier Betrieb ist, der Stab in Betrieb ist oder Kaffeemaschine läuft. Kaffeemaschine läuft. Bügeleisen. Ja. Bügeleisen, das Hemd brauchst du zum Stromausfall. Na ja, komm. Ordnung ist das halbe Leben. Da hast du recht. Aber ein bisschen stelltes Gewissen habe ich schon mal wieder zurückschalten. Das heißt jetzt wieder? Genau. Darf ich mal? Ja, natürlich. Gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Sehr schön. Cool. Dann gucken wir noch mal daraus, weil draußen mal gerade habe ich noch was gesehen, was ich auch gar nicht so unwichtig finde. Gucken wir mal ganz kurz. Hier ist nämlich auch der Lichtmast. Hier seid ihr auch sozusagen, das Eingang kann man ruhig auch mal nachts mal zeigen. Da kann man ja auch mal Licht einmachen. Da habt ihr auch ein bisschen was dabei. Genau. Hier ist es so, das ist nicht nur für die Notstromversorgung hier vorgesehen. Natürlich hast du auch die Hallenbeleuchtung, die jetzt hier ausleuchten kann. Aber das Schöne ist, du kannst auch gleichzeitig den Lichtmast in Betrieb nehmen, um jetzt hier ja das Vorfeld oder das Vorfeldplatz noch mit auszuleuchten. Dazu Kompressor zuschalten. Ach, Kompressor. Achso, weil das ein problematischer Lichtmast ist. Genau. Ja, du nimmst die Steuerung raus. Wie im HLF quasi hier. Genau. Das ist ja ein Transformer. Sind die hell? Die sind hell. Also da sind Setolite, Aldebaran, Hero drauf mit 200.000 Blumen. Oh ja. Jetzt wisst ihr, warum Feuerwehrwillen die sonst eine Sonnenbrille trägt. Kamera aus. Ich sehe nichts mehr. Ich möchte für das Produkt sagen, ich habe damit nichts zu tun. Bitteschön. Ein bisschen Schisser bist du. Ich möchte dazu sagen, dass es seine Kosten gibt. Also man sieht schon jetzt, dass wir jetzt einen Einspeisebetrieb quasi vom Gebäude jetzt hier so 19 Kilowattstunden quasi abgeben. Das ist schon ganz ordentlich. Und das geht jetzt hier durch. Und das Feuerwehrhaus sozusagen jetzt unabhängig von der Auswert mit Strom betrieben. Ja, dadurch, dass es keine Stromaggregate mehr gibt, haben wir jetzt Hamster gekauft. Und die Hamster rennen jetzt gerade drinnen los. Also was ihr jetzt hier seht. Die Sehzer-Kameraden stehen da hinter euch. Ich muss ganz ehrlich sagen, geiles Teil. Möchtet. 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 Vielen Dank.